Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Susis Kreativwelt. Ich war heute bei uns in Saarbrücken in der Stadt. Leute, ich kann euch sagen, echt eine Odyssee. Ich war zuerst bei Primark, hatte da so ein paar Sachen gefunden, ein paar will an die Kasse. Da stehen die wirklich durch den kompletten Laden von den Kassen bis zum Eingang in der Schlange. Nein, mache ich nicht. Gehe ich direkt wieder raus. Also so war es unfassbar. Schon die Menschenmassen, die da in der Stadt unterwegs waren, da hätte ich mich schon sowieso am liebsten gleich wieder rumgetreten, wäre nach Hause gefahren. Aber egal, wie auch immer. Also Primark war da nichts. Dann bin ich wieder zurück zu meinem Auto, habe mein Schätzelein, mein Männer, der hat am Dienstag Geburtstag, habe dem noch ein Geburtstagsgeschenk zusätzliches gekauft und bin dann bei Tiger vorbeigekommen. Habe gesagt, okay, gehst du mal rein. An der Tür habe ich so einen Augenwinkel gesehen, 50 Prozent, aber irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, wie und was. Und ja, dann gab es wieder vier Teile für einen Euro und sowas. Aber Leute, es gab auf alles, 50 Prozent, auf alles. Das heißt, auch auf diese vier für einen Euro. Das heißt, du hast dann vier für 50 Cent. Also ich habe auf jeden Fall, eigentlich, das ist mein krasse Zettel. Und am Ende war die Summe 20 Euro. 20,82 Euro. Und ich habe einen riesen Sack voll. Das zeige ich euch jetzt. Auf dem Weg zum Auto bin ich da noch kurz ins Manunana. Da habe ich auch noch drei Sachen gekauft. Zeige ich euch auch. Und ja, am besten fangen wir auch gleich an, weil ich glaube, das dauert ein kleines bisschen, bis sie da durch sind mit an. Genau. Also bei Nanunana habe ich mir erst mal einen Rückenkratzer gekauft. Irgendwie hatten wir schon mal so ein Ding, aber ich weiß nicht, wo es ist. Und ja, also manchmal brauche ich sowas einfach. Ich muss mir jetzt nur gucken, wo ich das hinmache, dass ich es auch immer finde. Das mit der Mann das irgendwie holt oder sonst einer. Und dann ist es verschwunden. Das wäre natürlich nicht so gut. Das Ding hat 2,95 Euro gekostet. Ist jetzt nicht gerade günstig, aber ich wollte halt unbedingt einen haben. Ja. Den. Dann habe ich mir diese Flasche hier geholt für auf die Arbeit, weil da habe ich mich die Woche schon zweimal geärgert, dass ich in irgendwelchen Meetings dann immer mein Glas mitschleppen muss oder halt die normale Sprudelflasche. Und ja, jetzt habe ich mir so eine geholt. Die ist, das ist auch, die ist auch so Thermos, Thermomos, Momos, Mos mäßig. Ja, da ist noch eine Dichtung dabei. Das ist super innen drin, halt so Edelstahl. Die kosten normal 12,95 Euro. Die hatten auch noch eine ganz tolle. Von außen her war die super schön, aber für 12,95 Euro. Das war mir echt zu teuer. Aber die hier war reduziert auf 7,95 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, das ist okay. Die nehme ich mir dann mit. Ja. Fand ich auch ganz schön, so von Farben her. Ja, die. Und dann habe ich auch, die kriegt er auch zum Geburtstag, mein Papi. Ich hoffe, dass euch glaubt nicht, dass ihr das Video guckt und wenn, hat er halt Pech gehabt. Und zwar diese Eierbecher. Ich fand die so niedlich. Guckt mal. Habe heute keine Verbindung zu meinem Elan. Ist das denn süß? Fand ich so niedlich. Und dann hier ein Anti-Stress-Ei. Ja. Hat die voll cool. Die haben 2,50 Euro gekostet. Ist auch nicht billig, aber ich fand sie einfach süß. Ja, ich habe keine Verbindung zu meinem Elan. Voll niedlich. Ja. Das war gut. Fast wird er umgefallen. Wartet. So, jetzt passt es wieder. So, das war Nanuna, ne? So, und dann fangen wir jetzt an mit Taiga. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist auch alles total durcheinander in meiner Tasche. Aber egal, ne? Wir legen einfach mal los. Und zwar habe ich hier zweimal diese Tierperlen. Fand ich ganz niedlich. Die kann man ja mal überall schön mit dran bamseln. Oder kommt mal in eine Post oder so was mit rein. Fand ich echt süß. Und wie gesagt, die haben dann am Ende 12 Cent gekostet, ne? So eine ganze Tüte. Ja, hier noch blaue. Sind Schildkröten drin, Delfine, Wale, Seehunde. Also so lauter so Meeresgetiert, ne? Ja. Die war niedlich und deswegen habe ich die zweimal mitgeholt. Ah, guck mal, das sehe ich gerade. Da sind mehr pinkfarben und lila nicht drin, ne? Da sind mehr grün und gelbe drin. So wie es scheint. Ob es am Ende wirklich so ist, ich werde sie nicht zählen. So. Das dann habe ich Glitzer mitgeholt. Auch der hat dann 12 Cent gekostet. Ich meine, ich habe ja genug Glitzer, aber andere Menschen lieben auch Glitzer und ja. Die beiden. Pink ist schön, ne? Irgendwie sieht in meinem Display alles so dunkel aus. Naja, man wird sie hin am Ende. Jo. Farben war echt schön. So, dann habe ich mir eine kleine Schneidunterlage geholt. Die ist auch schön dick und fest, weil man braucht ja nicht immer diese riesengroße. Ich kann ja auch mal so eine kleine hier haben. Die hat, äh, 2 Euro habe ich für die bezahlt. Also sie hätten normal 4 Euro gekostet. Ja. Fand ich auch recht praktisch. So, was haben wir denn als nächstes? Wartet, wartet, wartet. Da ist einer. Dann habe ich hier noch so zwei Stifte. Die fand ich ganz süß. Die waren auch irgendwie 50 Cent oder so. Ich habe keine Ahnung. So niedlich, ne? Hier mit den Perlchen dran. Ich gehe mal davon aus, ja, es sind, nee, es sind sogar Kugelstreiber. Das ist cool. Ich dachte, es wäre ein Feinlein, aber es sind Kugelschreiber. Das ist cool. Ja, in pink und in schwarz. Dann gab es. Ah, wartet, ich muss, glaube ich, zuerst die hier holen. Nee, 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 ich hole die. Da habe ich noch was reingestopft. Und zwar, diese Dosen hier. Sind auch total cool und richtig stabil. 50 Cent. Ja. Die will ich, äh, mixed media mäßig, ähm, was mitmachen. Ich glaube, das mache ich auch heute noch. Da hätte ich richtig Bock drauf. Übrigens habe ich euch ja gesagt, ne? Ich hatte ja letzte Woche dieses ganze Zeug da, wo ich gesagt habe, da will ich was draus machen, ne? Also diese, ähm, dieses Sisalband und, ähm, und, äh, die Sprühfarbe und die Luftballons. Ich kann euch sagen, ich habe am Sonntag, ich habe am Sonntag, irgendwann war ich so verzweifelt, habe ich alles geholt und habe es in die Ecke geworfen und den Größen da habe ich weggeworfen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ich wollte da so eine Mini-Maus-Lampe draus machen, ne? Halt, äh, Luftballon aufblasen, dieses Sisalband rum mit Bastelkleber, oben noch zwei kleine Luftballons dran, halt für die Ohren. Auch da das Sisalband rum. Meint ihr, dieses blöde, blöde Sisalband hätte irgendwie gehalten? Keine Chance, ne? Ich habe alles Mögliche versucht und irgendwann war ich echt am Ende mit den Nerven und habe es einfach weggeworfen. Ich wollte nicht mehr, ne? Dann habe ich noch reingestochen mit der Nadel in den Luftballon, weil ich so wütend war und der ganze Bastelkleber durchs ganze Zimmer gespritzt. Ich sage es euch, Chaos, dein Name ist Susi, ne? Also, unfassbar, total bescheuert, aber ja. Können wir mal weiter hier in unserem Hall. Also dieses Video wird nicht kommen, ich werde das nicht nochmal versuchen, da habe ich keinen Bock drauf. So, und dann haben wir hier, ähm, Pralinen, ähm, dunkle Schokolade mit so einem Moos drin. Hm, das hat sich so gut angehört, dass ich es mitholen musste. Das hat irgendwie, glaube ich, sogar 1,50 Euro dann noch gekostet. Ah, die sind auch nochmal verpackt. Verdammt. Ne, ich probiere sie nachher, sonst haue ich euch jetzt was vor. Ja, auf jeden Fall, die habe ich mitgenommen. Dann habe ich, äh, b-b-b-b-b-b-b, zwei, drei, vier, fünf, sechs Haarreifen. Guckt mal, mit den Blumen ist das nicht super schön, diese Farben. Ich möchte die natürlich nicht als Haarreifen benutzen, ne? Ich werde diese Blumen da abfriemeln, ähm, und die dann, äh, für die Mini-Maus-Ohren oder sowas benutzen. Aber die sind doch super schön, ne? Das sind auch Metallhaarreifen, also die sind echt stabil. Ähm, ja, ich fand die total schön. Und, äh, da hat dann einer 1,50 Euro gekostet. 1,50 Euro für so ein Haarreif. Ne, guckt mal, dieses Aprikot mit dem Pink, ich finde das so toll, ne? Oder auch hier dieses Weiß mit dem ganz leichten Rosa und Gelb. Und hier sind dann noch Blaue mit drin. Und ein bisschen Lila an den Blütenblättern. Total schön, ne? Ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich nicht noch mehr geholt habe. Ja, aber das ist ja meistens so, ne? Dass man sich am Ende ärgert, dass man nicht noch mehr geholt hat. Aber man muss es ja auch irgendwie verarbeiten. Von daher passt das schon so. So, dann habe ich Servietten. Und bei den Servietten war dann auch, ne? Da hat ein Päckchen dann noch 12 Cent gekostet. Äh, wartet, ja. So, und zwar haben wir einmal hier so Halloween-Servietten, so ein bisschen, ne? Hier so ein Hermann-Monster. Entschuldigung, ich habe gerade Kohle. So ein Hermann-Monster mit einer Fledermaus. Die. Dann habe ich hier diesen süßen Hamster, der aus dem Geschenk rausklettert. Den habe ich zweimal. Und dann habe ich hier noch den Roboter, den finde ich auch total süß. Der Musik macht. Lieblich, ne? Es sind immer 20 Stück drin. Ja. Voll süß. Boah, als nächstes habe ich hier Strohhelmer. Die kann man halt wirklich auch als Strohhelmer benutzen, wenn man möchte. Da ist dann so ein Fähnchen dran. Da kann man einen Namen draufschreiben, damit die Gläser nicht verwechselt werden. Ähm. Ja, aber wir Bastler nutzen die ja zum Basteln, ne? Und nicht zum Trinken. Und auch das Päckchen 12 Cent. Genau die. Dann habe ich Harbonis. Und zwar diese hier. Einmal hier so ein Blau-Klitzer, ein Pink-Klitzer. Auch die haben 12 Cent gekostet, die zwei Stück. Dann dieses Lila und dieses Grün. Die sind auch gut dran. Also ich finde die cool. Und dann hier, das gefällt mir am allerbesten. Ne? Und das weiße, was so ein bisschen Holo schimmert. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Ich sehe einfach alles nur dunkel heute in der Kamera. Aber ich glaube, man sieht es ein bisschen. Ja. Das. Und dann noch hier diese, in Prinzip, Einweg-Harrgummis, ne? Auch in diesen pastelligen Holo-Farben. Warte mal, ich spiele das nochmal die Tüte auf. Äh. Kann man natürlich auch für was anderes benutzen, ne? Einzels sieht man es gar nicht. Also man sieht es eigentlich nur so, wenn die, wenn die alle zusammen sind, ne? Was sie für Farben haben. Guck. Ne? Das Blau dabei, Gelbe, Rosane und Weiße. Ja. Die. So. Das. Ähm. Dann habe ich mehr. Ach, warte mal. Muss gucken. Hier. Das sind Nagelfeilen. Das finde ich auch cool. Weil ich habe da manchmal so ein bisschen Stress mit meinen Nagelfeilen. Und die ist dann hinten hier so ein Griff. Und da ist halt dann die Pfeile dran. Hier so eine Polierpfeile und da eine richtige Pfeile. Das ist cool. Mal gucken. Poliert er auch. Ich habe im Moment meine Nägel. Ich habe noch nie so schlechte Nägel gehabt wie im Moment. Oh ja, guckt mal. Fängt sogar an zu glänzen. Guckt. Ja, die sind irgendwie. Ich muss mir unbedingt mal so ein Nagelflegezeug holen. So für Nagelhaut und Nägel. Seht ihr das wie die Glänzen? Also die funktioniert wirklich, ne? 12 Cent einwandfrei. Perfekt. So. Die habe ich zweimal mitgenommen. Eine für die Handtasche. Eine für... Für die... Für das Nagelstudio. Sag ich jetzt einfach mal. So. Dann habe ich... Da müsste auch noch irgendwo ein zweiter sein. Ja, hier. Habe ich zwei Taschenspiegel mitgenommen. Auch für 12 Cent. Die sind auch echt stabil, ne? Außen so Kunstleder. Ja. Und innen seht ihr jetzt mein Handy von hinten. Schöne Hülle, ne? Ja. Sogar auf beiden Seiten Spiegel ist ja cool. Oh, das eine ist ein Vergrößerung. Oder beide? Wartet mal. Ich muss mal gucken. Ja. Der eine vergrößert, der andere nicht. Das ist cool. Ja. Da habe ich einmal diesen schwarz-weißen. Einmal diesen schwarz-weißen mit dem Blumen. Und hier in bunt mit Blumen. Auch schön. 12 Cent. Dann habe ich diese Dosen noch in klein. Zwei Stück. So. Dann. So. Da. Hier von den Blättern. Das eine ist so ein Satinband. Das grüne und das braune. Das sieht so ein bisschen ledrig aus. Seht ihr das? Sieht aus, als wäre es ein Lederband. Und das finde ich auch ganz cool. Ja. Auch 12 Cent. Drei Meter. Yay. So. Was haben wir hier noch? Ja. Die fand ich so süß. Die mussten auch mit. Auch 12 Cent. Die Herzwürfel hier. So große. Das ist eine schöne Idee. So. Was ist das hier? Ach ja. Die Leute sagst euch. Hundeleine mit Halsband für 12 Cent. Also. Das kann doch halten, wie es will, oder? Ja. Ich muss das mal abmachen. Interessiert mich jetzt doch mal. Ich meine, das ist jetzt nicht die Knallerfarbe, ne? Aber. Manchmal, je nachdem, wo man hingeht, braucht man auch mal nicht so eine lange Leine. Und dann. Es ist ja nicht so, als hätte ich keine Leinen für meine Hunde, ne? Ich meine, ich habe ja schon seit Ewigkeiten Hunde. Und hatte mal so eine Phase, wo ich so ein bisschen im Leinen und Halsband waren war. Da habe ich jetzt ganz viel schon wieder von abgegeben. Aber bei sowas kann man ja kaum nein sagen. Also, es ist angenehm, ne? Es ist relativ weich. Es ist halt dünn. Also, ein Hund, der stark zieht, würde ich es jetzt nicht unbedingt um den Hals machen. Weil ich glaube, das könnte ein bisschen einschneiden, weil es halt so dünn ist. Aber so macht es echt einen stabilen Eindruck. So. Und die Leine. Ja, das ist so eine normale Meter, Meter zwanzig Leine wahrscheinlich. Mit einem ordentlichen Griff. Ja. Einwand frei. Einwand frei. Wenn, dann ist es eh nur für die Bella, weil für Lucky wäre es ein bisschen viel. Da zieht der Haken von der Leine, wird den ganzen Hund runterziehen. Also, das war das. Dann habe ich mir für jeweils 50 Cent zwei Salatbecher gekauft. Finde ich auch praktisch. Mich ärgert das halt oft so. Da willst du dir was mit auf die Arbeit nehmen. Einen Salat, ne? Und dann, na, wohin mit dem Dressing? Da hast du keinen kleinen Becher. Hier hast du hier so einen kleinen Becher oben drin. Fürs Dressing. Hast eine Gabel an der Seite. Die Haarplastik-Gabel ist jetzt nicht so meins. Aber immer noch besser als irgendeine aus der Schublade von der Küche, von der Arbeit. Und hier halt, ich finde das recht groß, ne? Dieses Salatgefäß. Ja. Ich fand die gut. Und für 50 Cent habe ich mir zwei Stück mitgeholt. Ja. Können halten, solange sie wollen. Ups. Können halten, solange sie wollen. Ist egal. So, die. Was haben wir denn noch? Dann habe ich hier. Ah, dann habe ich noch. Die hatte ich vor längerer Zeit schon mal. Ich komme ja nicht so oft zu Tiger. Hier diese Köfferchen. Ich finde die so niedlich. Die hatte ich auch alle schon in Post reingepackt. Das habe ich noch mal zwei mitgeholt, weil ich die so süß finde, ne? Zweimal. Das hat einer gekostet. Auch 50 Cent, glaube ich. Ja. Die sind auch sehr stabil. Die sind wirklich super. Und dann, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch so ganz süße Blöcke. Die waren auch süß dann. Guck mal, so Obst und Gemüse, Karai, Zeugs. Einmal hier der Blumentopf. Dann haben wir die Karotte. Ah, dann wird's. Genau, dann haben wir das Grüne. Ah, okay. Ja, aber finde ich niedlich. Und ist ein dicker Block. Ja, da kann man auch hier, sehe ich gerade, dass das hier vorgestellte ist. Ne, nur so ein Blick doch. Augen raus. Passiert auch nicht viel, ne? Egal. Ich hab mir noch überlegt, zum Action zu fahren, aber da hab ich gedacht, da hab ich jetzt keinen Bock mehr. Kannst ja seit letzter Woche nicht viel Neues geben. Und das war mir jetzt zu viel. So, dann guckt mal. Das sind Brotbeutel. So Papiertüten einfach. Die haben auch 12 Cent gekostet. Und da ärgere ich mich jetzt ehrlich, dass ich die nicht alle genommen hab, ne? Weil da kann man auch so schön was reinverpacken. Die sind doch so niedlich. Wir gucken gerade mal, ob's da mehr als diese zwei Motive noch drin sind. Da sind 15 Tüten drin. Warte, wir gucken mal. Ich hoffe, da ist dann wieder reinkrieg. Und die sind auch... Ja, also Rückseite ist Unifarm. Da haben wir einmal drei von den blauen. Aber da gibt's dann noch gelbe mit dem lilanen Vogel. Und dann halt die pinkfarben mit dem grünen. So. Die sind echt schön, ne? Und das ärgert mich. Na, für 12 Cent, die hätte ich alle holen sollen. Aber ja. Ist jetzt so. Problem ist halt, ich fahr halt mit gern zu uns in die Stadt. Ich mag's halt einfach nicht. Das ist mir immer zu viel los. Es ist mir immer zu viel Getue mit der Parkerei. Und ach, dieses hin und her Renne. Ich weiß auch nicht. Das macht doch alles keinen Spaß. So. Und dann habe ich als letztes noch Sticker. Und zwar Straßsticker, ne? Guckt mal. Die haben auch 12 Cent gekostet. Voll hübsch, ne? Hier einmal die Kakteen und zwei Libellen. Ja, die finde ich total schön, ne? Diese Ballons und die Sterne. Ja, die habe ich. Wie oft habe ich die denn? Zweimal. Dreimal, viermal. Dann habe ich zweimal die Elefanten. Und dann einmal war nur noch der Kolibri hier. Und die Libellen. Joa. Richtig hübsch. Ja, und das war's. Das war mein Mega-Schnäppchen-Holl vom Tiger. Ähm. Also ich habe mich noch zurückgehalten. Es gab noch viel, viel mehr. Aber ich habe gedacht, was soll ich mit dem Scheiß, ja? Also, äh. Ne, nicht mit dem Scheiß. Aber was soll ich mit den ganzen Sachen tun? Ne? Es macht ja keinen Sinn. Ähm. Hier habe ich jetzt einige, wie gesagt, wo ich jetzt genau weiß, was ich damit vorhabe. Ähm. Und auch, wem ich irgendwas noch mit einpacken möchte. Und, äh. Ja. Deswegen habe ich dann an der Stelle auch irgendwann Ende gemacht, ne? Ja. Und wie gesagt, das war's jetzt mit dem Haul. Ein weiterer Haul gibt's dieses Wochenende nicht. Ähm. Ähm. Aber ich habe halt, ähm. Ja. Wie gesagt, vorher mit den Dosen was zu machen. Da kann ich euch mitnehmen. Ähm. Dann hat, gab's mehrere Kommentare, die wollten, dass ich diese, ähm. Ähm. Die Glittermarker vom Action, dass wir da mal so ein, äh. Review machen, ne? Wie die funktionieren oder wie man vielleicht auch damit kolorieren kann. Also, richtig kolorieren ist ja nicht, ne? Aber da gucke ich nachher mal, was wir da noch machen, ne? Und, ähm. Wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, aber kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt den Kanal und drückt die Glocke. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr bei euch auch einen Tiger habt. Ähm. Und was es bei euch so vielleicht an Angeboten gibt, ne? Oft sind es ja auch unterschiedliche Sachen, ob ihr da auch manchmal einkauft, was euch gefallen hat. Ja, genau. Und, ähm. Ja, dann danke ich euch an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.